einfach mal grausen oh mein gott es geht los unbedingt hoch effekt heute ins kippen ja ja der hätte jetzt bestimmt hier mein primal archaisches ultra item gehabt mit levels ja weiter bekämpft rangers da ist never ja nein das hast du sehr gut überspielen ja mal platz drei primal eiskletterer wie das aussieht ja jetzt wenn sie das das wäre das wäre jetzt noch lustig was und kevin 2444 jiggle wiggle aus bakuli und damit ein mega geiles hallo an die season start mit leute und mit leute ist und wie auch immer die gaben paar minuten wenn es fünf nach fünf ist dann gebe ich auf die lautstärken unterrecken kommen zum season start noch sind wir nur zu zweit sagen aber auf dem weg simon ist schon da wie man hört und lofia müsste auch gleich mal antanzen kann nation annehmen fertig was ließen die usa im luftraum von afghanistan für die kinder abwerfen schauen wir mal katholische priester jo die kinder haben ihren spaß die priester noch mehr so was hilft donald trump denn noch beim entspannen nein 11 und livers hat probleme mit an den rand gedrängt werden sind sie schneller wenn sie angelika merkel das heimlichste laster das heimlichste laster von batman ist ein äh asthmatischer kunst asymmetrischer kunst asthmatischer so nio tauscht katapulte haben sie da auf jeden fall sie können alles beschaffen shiro denkt warum mir alles wehtut das problem liegt an die klitoris während des sex denke ich gerne über z oh god oh god oh god ey really boah das ist von nio das war nio das war nio ehrlich was nios klassenbart wurde völlig ruiniert durch die älter schwangerschaft mit dem nio dann schwanger oh geil wir können malen oh mein gott der controller ey lol controller mach doch nicht diese war ein bisschen komisch so ein wasserfall hier zu haben aber was soll logge die weg logge ist auch gut ne ouch so und jetzt machst du mal das ding da an bitte dankeschön er hat ganz viele herzchen auch ein ganz cooler hier ich hab doch noch gar nichts gemacht ok der ist schon weg ey ok beide sind weg es gibt keinen Grund zu sorgen kann man hier runterspringen ne kann man nicht ok worauf ich warte ich warte auf so ein tipp wie ich das machen soll das was heißt eklig oh dead by daylight und ich kann dead by daylight nicht aber ist ja egal an deiner gruppe nicht beitreten was soll das denn das problem ist ich hab keinen plan wie die steuerung nochmal ja gut das schließe ich mich direkt mit an nein lass mich in rohr lass nein lass mich in rohr scheiße ich weiß auch nicht was passiert ist aber es ist passiert als ob er mich nicht gesehen hat ja deswegen warte er kommt da der kommt da lauf das schwein das ist so mit ich egal jungen wie viel frisur hab wir denn das kann jetzt dauern ey oh der ist bestimmt ein bisschen sauer jetzt warum fühle ich mich jetzt angesprochen du mir denn gar keine chance mich überhaupt anzumachen hier ey irgendwie fürchtet alles feuer habe ich den eindruck wartet genau das sind alles hier die vasallen die ja unterschrieben haben und so ja danke ruck what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck aha ein geil alter sie bringt ihn her aber hilft ihm nicht wer das wohl ist ey juche sie is es guck sie dir an okay das war laut Ich bin ich mit einer weißen Blume im Haar. Ja, das machen wir gleich. Wir können nämlich hier alles mitnehmen. Das finde ich ganz cool. Mal nehmen wir mit. Oh, jetzt ist mein Inventar voll. Das fällt dem Spieler aber früh ein. Eine Blaupause für irgendwas hier. Und wir sind in eine Stadt gegangen, wo man gut klauen konnte. So, okay, ich stand halt erst mal vor der Tür und hab die Tür nicht aufgekriegt. WTF wusste nicht, dass du ESO spielst. Ja, WTF wusste ich auch nicht. Aufgrund der Menge an. Mal weg, ey. Reborn. Das ist Bob. Bob hat mir ein Geschenk geschickt. Für die langen Finger. Hashtag Diebestrupp. Ist ja mal ein richtig krasser Typ. Ey, vielen Dank, Bob. Was? Noch ein Geschenk? Was geht denn bei ihm, bitte? Perfekt. Habt ihr das gesehen? Die ist einfach so gestorben. Also nicht einfach so, weil wir schon dafür gesorgt haben, dass sie stirbt. Ich hoffe, ich stelle. Ich weiß nicht, der kann ja einfach weiterreden. So, wie kann ich jetzt schnell reisen nach Hamburg? Das geht ja auch, oder? Hast du eine Garage in Hamburg? Nö. Ich stehe in Bergen und ich weiß nicht, wie man schnell reisen tut. Ich habe schon wieder alle Verkehrsregeln vergessen. Ey, das fängt echt gut an. Ich habe keine Ahnung, Gott. Der Matze will dir helfen. Der Matze, der über ein Voice-like redet, der will dir helfen. Ja, das habe ich verstanden. Aber was ist Einschlag und sonst was? Also erst mal nach vorne. Was hat er gesagt? Ey, das sieht gut aus, oder? Boah, ich setze jetzt einfach mal voll vor. Ja. Und, äh, aber die hinter mir, die müssen, müssen sich natürlich gleich da reindrängeln. Diese Mausempfindlichkeit. Ich finde dieses Dior, das Outfit, das ist der Hammer. Ich finde es schade, dass es keinen Flugmodus oder so gibt, dass man hier fliegen kann. Wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das hier noch hin. Da lief gerade ein Lenny. Das musste sein. Kleines Dorf hier schon. So, erst mal ganz kurz, äh, zu Alex. Sarah hat keine Zeit. Fertig. Deckt in der Dönerbude fest, weil sie unbedingt noch Döner essen muss. Du willst wohl dich noch für weitere Trophäen opfern, mein Freund. Ach, nee, ich stehe wieder auf. Hier, hier stehen und die abschießen, ey. Warum hast du ein Gewehr und ich noch eine Pistole? Aua. Loll, der hat aber was gegeben, hier. Ich bin voll. So, warte mal, das brauchen wir jetzt noch und das. Vom Blitz getroffenes Opfermesser der Korrosion. Ach, ich habe keine. Ah, ich bin gar nicht gestunt, ey. Warum sagt das denn keiner hier? Du kannst hier nirgendwo lang gehen, ohne dass 50 Skelett aus dem Boden kommen. Hätte der gelacht, wenn ich da runtergefallen wäre, dann hätte ich auch gesagt, Glückwaxel, ich falle. Das war so geil. Ein Zauberbuch der Todeskälte, das klingt doch gut. Und ich kann es nicht ausrüsten, weil es ab Stufe 35 ist. Hey, ich habe das Wort zerstört, geil. Alter, das Ding hat 3% Leben. Yes. Richtig dreckiges Geld, aber richtig. Alter, 52% hier. Ha, 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 ha. Na, das ist gewonnen. So viel, so viel kann ich nicht abdenken. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Nein, den kill ich noch. Ich kann noch nichts machen. Ja, aber Janik. Ja, ich kill Varian noch. Das Feuer. Ach halt, ich wollte ja Natsubu spielen. Ja, aber wir haben das schon. Aber 3, 4 Anker war so viel. Machen den. Komm, wir gewinnen das. Der hat mich jetzt auch hier. Nein, ich bin geheilt, ey. Das ist ja geil. Ich verschwinde mal schnell. Ich wirk noch die Ulti und dann verschwinde ich. Autsch, 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 Autsch. Ja, aber die haben es schon gewonnen. Ja. Ich freue mich, wenn die irgendwann mal mehr Auswahl bieten. Ich will aber auch keine Gammelküche hier einbauen, verdammte Scheiße. Das ist zum Beispiel neu. Diese Kommode ist neu. Na, die Tür passt hier auch gar nicht rein. Gut zu wissen. Kommt hier auch noch eine Lampe hin. Hätte ich auch mal eben schnell machen können, ne? Dann gucken wir bei Schmucke nochmal. Hallo, ich laute. Laute. Ja. Jetzt kannst du den Garten gestalten. Hammer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von Katazina. Du, verbessert. Weil wir ein Wettrennen mit Teresa gemacht haben. Erzähl mir von dir. Trefft den nicht, ey. Das gibt's nicht. Der zuckt noch. Ist das cool. Steig doch in die andere Richtung ab, du Trottel. Lass Hans. Was führt dich zu mir? Hans. Ja, ich bin hier, um deine Arbeit zu machen. H.C. Rody. Z. Ja, gebt auch mir das, ihr Trottel, ne? Ihr seid auch so richtige Genius-Leute. Ganz ehrlich. Dann müssen wir unser Pferd irgendwie nochmal leer räumen. Eben waren wir aber alleine hier. Dann legen wir mal los. Der Typ ist, ähm, ja, Locator. Der ist edel gekleidet. Der hat nicht mal eine Waffe oder sowas wahrscheinlich. Den schicken wir alleine in ein verlassenes Dorf. Was, ja, bekannt dafür ist, dass es mal von Banditen so besetzt wird, ne? Weil ich werde was? Hier ist ein Gedichtband. Ist schief gegangen. Mach auf. Ich unterhalte mich nicht mit der Tür. Geil, der hat der Pickel im Gesicht. Die Frau ist Wurzel vieler Pfunde und der Mann ist trügend reichste Sünde. Warum wir das wohl gewonnen haben, wer weiß. Kann ich hier zugreifen? Ne, doch, oder? Vielleicht. So, passt auf, meine Damen und Herren. Die beste Szene bisher. Erstmal rein damit. Jetzt steck's ein. Check ich nicht. Da muss ich ja den Geist noch besiegen, ne? Oh, du Idiot, Alter. Mach es doch wenigstens zu Ende. Wir können den Toad werfen, Mann. Ich hasse dieses Spiel, ey. Ganz ehrlich. Das ist übertrieben hier. Oh, meine Fresse. Mit dabei habe ich den Tiny. Hallo, hallo. Achso, jetzt habe ich die Karte weggeschmissen. Ja, die müssen weg. Scheiß Natur. Nein. Na, das sieht doch gut aus. Sogar Sven schreibt schon Tittenhust. Wir wollen uns absprechen und sind dabei schon direkt live. Soll ich den Antwort machen? Willst du? Wir sind zwar jetzt schon und haben so indirekt den Anfang gemacht, aber was sollst du? Ja, da war ich auch beim Kumpel, also den, also, wo wir dann zusammen zocken waren mit der PlayStation und so. Wo du, weil ich den kannte. Und dann hat er so gesagt, ja, du musst mal Minecraft ausprobieren. Und ich immer so, nee, ist nicht so meins, weiß ich nicht. Ja. Oder die krasse Frau aus langen Haaren heiratet im Boot. So, Gott. Die kommen dahin, Alter. 50 Euro. Alter. Alter. Oh, danke, Atomtyp. Heftig. Herzlichen Glückwunsch, lieber Libosky-San, zum Geburtstag. Danke. Allerdings muss ich mal die Musik leiser machen. Hat der keinen Rechtsklick dazu? Die dröhnt mir gerade so auf die Ohren. Ah, scheiße. Jetzt bin ich gestorben. Nein, ich bin gestorben. Ich habe literally no idea what I'm doing. Dann kriegt der hier Führungsrolle. Ey, ist ja voll Latte. Wo sind denn hier Leute? Ich sehe hier keine. Da. Erstmal Libos-Worten. War ja der Geile ist hier. Boah. Kann ich mich selber roten? Ja, ich kann mich selber roten. Geil. Und größer. Wie hört der denn damit auf? Das ist leicht überschrieben. Ja, überhaupt nicht arrogant. Oh mein Gott, ey. Hat der Titten, ey? Guck mal, der hat doch mindestens ein B-Körbchen. Gewappnet mit Schwert und Schild. Trommelwirbel. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Ich werde auch gewinnen. Oh lol. Wie groß ist das denn, ey? Vielleicht wird die ganze Arena getötet, ey. Das ist meine Liga-Karte. Nimm. War ja klar. Rote 6 ist links wahrscheinlich, ne? Warum winkt die denn, ey? Du kannst den Scheiß aus der Hand legen. Oh lol. Der ist cool, Alter. Ohne Witz. Den haben die cool gemacht, ey. Dein Champ-Titel ist weg, mein Freund. Haha. Hahaha. Was sind das denn für... Oh lol. Oh nein, nicht im Ernst. Ich bin Schwert heute. Ich bin Schildrich. Hallo Tomatensohn. Jetzt kommt wieder der mit dem geilen Namen hier. Reflektion eines Vampirs. Aha. Wolkenresidenz. Jetzt bin ich gefällt, machen wir es wieder weg. Ein Amorbogen. Klar. Ganz normal. Richtig prunkvolle Edeltüren. Aber was soll's. So, mein Bro nervt jetzt natürlich. Genau jetzt, ne? Das klingt echt toll. Ich muss schon sagen, ey. Hat er sich grad an der Wand angelehnt damit. Das ist aber Cheaten. What the fuck? Was ist das denn, Alter? Carla. Celine. Alexa. Moa. Ich guck eine Sekunde nicht nach links und hier geht's ab. Hug for you. Ja. 41 Leute, was stimmt denn mit euch nicht? Habt ihr nix zu tun? Es ist Dienstagabend. Okay, eigentlich haben die Leute auch nix zu tun. Und zwar, weil unser Pferdemann ja hier ne Menge anbauen wird. Das klingt jetzt schon wie jetzt auf ein Grasraut, aber egal. Hier noch so ein paar Tännchen hin. Und Sensi müssen wir umhängen. Sensi kommt in den Flur. Und so, 2019 kann kommen. Die Alte hat offen. Nicht sein Ernst. Das war jetzt nicht der Plan, aber wir machen das mal so. Wenn ich jetzt schon nicht sehe, wo die Pfeile herkommen, ne? Ich würde ja wegrennen. Und nicht noch versuchen, hier irgendwas zu reißen. Unser Pferd ist auch sehr leise gestorben, dass uns jetzt auch bloß niemand sieht. Ich will, dass er runterfällt. Der bleibt trotzdem da hängen. Ja, also ich finde, das sieht jetzt alles hier einfach ein bisschen geiler aus. Und dafür, dass es nur so ein bisschen optisch aufgewertet ist, sieht gleich viel, viel freundlicher aus, finde ich. Okay, das Wasser bewegt sich hier nicht mehr, aber egal. Na, hast du dich selber eingesperrt in deinem Land? Das ist schon scheiße, ne? Guck mal, du hast überall Blut. Das solltest du mal sauber machen, weil du kannst ja nicht sterben. Weil als Jarl bist du ja eine wichtige Person, die nicht sterben kann. Und mein ganzes Haus, was ich umgeräumt habe, aufwendig in drei Stunden. Muss ich auch nochmal alles neu machen. Ich beende das jetzt, werde es irgendwann nachmachen. Und dann gibt es erst Skyrim wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Und der hat nicht mal geholfen, der Penner. Da waren... Ach, hier, das müssen wir auch noch machen. Diese Drachenmasken. Ja, da war sie. Ich kenne mich jetzt nicht so mit den Bruto-Sozialprodukten aus. Wadi Rum. Wadi Rum. So, Alex muss erst mal das Ding zwischen seinen Beinen hin und her wippen, okay? Ich sprach ja vom Schläger. Ein Faggot. Oder Faggot, was ist das? Du Königin von Katargo. Der Gott der kleinen Dinge. Scham und Sch... Boggel, was ist Boggel? Schaminsen. Schamisen. Heuer, Fogger. Einen schönen guten Abend mit Trivi. Oh Gott, ey. Pursuit. Das ist ja unfair. Gio schaut jetzt nach. Natürlich. Nehmen wir das mit dem Fisch. Keine Ahnung. So, jetzt starten wir aber auch. Eine Sekunde doch. Ja, genau. Du wirst gesucht. Du möchtest nicht erklären, aber nimm erstmal die Machete. Wie heißt der Typ eigentlich? Schon wieder vergessen. Hat man seinen Namen erfahren? Jonathan, Jonathan, genau. Der Jonathan. Ey, komm, Jonathan klingt richtig gut, ey. So richtiger, richtiger Draufgänger-Vampir. Der Jonathan. Besser mit Danke? Stimmt ja mit dem nicht. Er wird vorher ersticken, bevor wir ein Betäubungsmittel haben, oder? Ja, wir stellen sie gleich zur Rede. Erstmal müssen wir hier noch ihren Laden ausrollen. Ja, aber mit Edgar reden wir jetzt nicht. Jetzt habe ich dich ausgeraubt. Jetzt können wir. Hallo, Harriet. Nein! Die Musik dazu so geil. Nenn mich Jonathan, bitte. Ich habe mir doch voll den Mund voll, weil ich irgendwie nicht so schnell kauen konnte, wie ich dann doch auf den Knopf gedrückt habe zum Streamen. Aber was soll ich? Gesund. Und er liegt da wie tot, ne? So, und damit geht es weiter. Warum lädt denn das Spiel jetzt nicht? Ach, jetzt lädt es. Ja, natürlich. Er hat keine Achselbehaarung. Ja. Von da hinten sieht sie weniger, wie schlimm das alles ist. Das hatten wir schon, Livers, ne? Ganz normal, so ein fliegendes Ding. Das stört hier auch keinen. Ich will sie am liebsten umbringen. Ähm, hattest du ihn schon zum Penner umgestylt? Oder sieht er nur zufällig so aus? Ne, ich habe ihn noch nicht zum Penner umgestylt. Aha. Jetzt geht's los. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen Bittere Stachelbeere, süßer Flieder Jetzt gehe ich natürlich total theatralisch da rein. Ja, jetzt schlanken wir sie endlich. Ja, schmeiß sie nochmal ans Feuer. Wann wirst du dieses Stück Müll endlich verbrennen? Mein Herz würde es nicht verkraften. Ist das erledigt? Ja. Ich bin gespannt. In der Alpha waren die Fähigkeiten ja übel laut und man konnte die nicht runterstellen von der Lautstärke. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen anders. Rechnung, 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 Rechnung. Warum musst du das ja auch jetzt machen, Mensch? Ja, es tut mir leid. Kannst du ruhig schon vorlaufen. Ist alles gut. Ich komme gleich nach, hoffe ich. Ja, lass das Schwert aber nicht liegen, ne? Ich werde nicht mit deinem Namen anklicken. Ne, mach das, mach das. Das ist verflucht. Ich sag's dir. Aber man war irgendwie nur noch mit Drehen beschäftigt. Genau, genau. Irgendwie krieg ich nur Items für einen Krieger und du nur für einen Magier hier. Kann das sein? Ja. Also wie ein Diablo. Hast du die Settings auf maximal? Ich kann hier rein, ich kann hier rein. Ich will gar nicht sagen, wie du läufst da durch. Würdest du mich verarschen? Alter. Was ist denn die Sparte? Das war jetzt nicht so geplant. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh da raus. UiA1Q4, Events, Depp Label 2.1. Liegpunkt bitte. Warum nicht? Heilige Scheiße. Was macht der? Junge. Hi Kugel. Das war's gleich. Kann ich mich hier auf was einstellen? Ja, hast du das gerade gesehen? Wie soll das denn gehen? Der Brody ist mit dabei? Ja, noch sehen wir nicht, aber ich bin quasi der Brody. Oh mein Gott, Alter. Warte, ich mach das auch. Hattest du ein Level ab? Ja. Ich nicht. Du meinst, dass es so eine gute Idee ist? Ja, da müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, der kann beißen. Das ist super, ja. Ist ja auch ein Brokodil. Das Lenodil. Das Lenodil. Zwei, drei. Ich würde nicht mehr da sein, wenn wir mit ihr fertig sind. Besser. Und ich wette, da wo das Fragezeichen ist, haben wir auch einen Flugpunkt. Oh, ich bin mir nicht so sicher. Die Shell? Spiderland. Spiderland. Da kann man auch Landwirtschaftssimulator spielen und sagen. Ich mach das so. Ich mache das so. Uhm… Untertitelung des ZDF, 2020